Guten Mittag aus dem Pressesaal im Landhaus 1 in Bozen. Die Landesregierung tagt noch. Ich bin eigentlich nur hier, um zu sagen, dass wir mindestens eine Viertelstunde verschieben. Wir können noch nicht genau sagen, wann sie wieder beginnt. Also setzen wir die Pressekonferenz vorerst mal um 12.45 Uhr an. Ich bin hier, um zu annoncieren, dass die Ausschusssitzung noch in Diskussionen und so, für den Momenten, bis zum 12.45 Uhr bis zum 12.45 Uhr bis zum 12.45 Uhr. Danke. Vielen Dank. 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 willkommen. , Landeshauptmann, bitte das Wort gleich. Ja, danke schön. Einen schönen guten Tag auch von meiner Seite. Zunächst einmal vielleicht ganz allgemein zum Thema Covid und den damit zusammenhängenden Regeln. Wir haben heute in der Landesregierung natürlich auch dieses Thema diskutiert. Zum einen eine Analyse vorgenommen. Landesrat Wiedmann hat uns über die aktuelle Infektionslage informiert, über die Zahlen, wie sie sich darstellen. Und natürlich haben wir das Ganze auch mit Blick auf die anstehenden Weihnachtsfeiertage, die Weihnachtsferien gemacht, wo es derzeit ja auch auf staatlicher Ebene jetzt noch eine Debatte gibt über die Regeln. Zum einen ist es so, dass es nun doch laut den jüngsten Meldungen aus Rom zu einer Lockerung in Bezug auf die Feiertagsregeln kommen soll. Es gibt verschiedene Varianten, die diskutiert werden, dass es für Gemeinden bis zu 5000 Einwohnern eine Ausnahme geben soll, dass auch gewährleistet werden soll, dass man die engsten Verwandten auf jeden Fall besuchen dürfen soll. Und deshalb haben wir diesbezüglich ganz einfach festgestellt, nachdem es auch heute dazu in Rom eine weitere Diskussion gibt, dass wir jetzt einmal abwarten, welches die Entscheidung ist. Und dasselbe gilt auch zur Regelung in Bezug auf die gesamte Feiertagszeit. Sie wissen sicher, dass es zurzeit auch in Italien eine Diskussion darüber gibt, soll man diese Ferienzeit, es sind ja Schulferien da auch, dazu nützen jetzt noch einmal eher die Dinge herunterzufahren, so wie es Österreich und Deutschland gemacht haben, doch auch nach einem gewissen Hin und Her. Diese Debatte findet auch in Italien statt. Die Meldungen sind derzeit noch unterschiedlich. Regelung rote Zone in ganz Italien, Regelung orange Zone in ganz Italien. Auch hier haben wir entschieden, dass wir jetzt nicht vorpreschen, sondern dass wir schauen einmal, was diesbezüglich in Rom jetzt tatsächlich entschieden werden soll. Zum anderen, was dann einmal aufgrund unserer Infektionszahlen, die wir tatsächlich haben, die haben wir im Auge, wie sieht es in Südtirol aus. Und zum Zweiten natürlich aufgrund der besonderen Südtiroler Gegebenheiten. Manche Dinge sind halt nicht immer so eins zu eins auf Südtirol umzusetzen, weil wir eigene Traditionen, eine eigene geografische, geomorphologische Situation haben mit den vielen kleinen Gemeinden, mit den Weilern und so weiter, was wir dort dann an Regeln erlassen. Wir hoffen, dass in Rom die Entscheidungen jetzt doch in diesen Tagen bald getroffen werden, damit wir dann auch gemeinsam eine Orientierung festlegen können. Wie gesagt, es macht jetzt nicht Sinn, jetzt heute ihr vorzubreschen und dann zu sehen, man hat auf der anderen Seite vielleicht völlig andere Ideen. Wir schauen uns das an und werden dann auch entscheiden, werden aber berücksichtigen auch die besondere Situation in Südtirol, die wir haben. Einerseits vom Infektionsgeschehen her, andererseits auch von unserer spezifischen Südtiroler Situation ausgehend. Es gibt dann natürlich eine Reihe von Fragen, was ganz spezifische Tätigkeiten anbelangt. Zum Beispiel Fragen, die Vereine, wie sieht es dann mit den Musizieren aus in der Kirche? Kann es da Proben geben oder ähnliches? Wie sieht es mit der Möglichkeit, die Sternsinger-Aktion in ganz bestimmter Form durchzuführen, ohne Kontakt, ohne auch irgendwie Risiken einzigen und Einhaltung des Protokolls? Diese Dinge werden wir mit entsprechenden Rundschreiben an die Betroffenen klären. Hier braucht es keine eigenen Verordnungen. Wir werden dann mitteilen, was unter welchen Bedingungen gemacht werden kann und was auch dann nicht gemacht werden kann, weil es ein zu hohes Infektionsrisiko darstellen würde. Wir werden jetzt sehr rasch die betreffenden Organisationen darüber informieren. Grundsätzlich bleibt es dabei, es gibt diese Regeln, die einzuhalten sind. Es geht ja darum, dass wir alle gemeinsam daran arbeiten, dass die Infektionszahlen weiter sinken, so wie sie in den letzten Wochen getan haben, dass wir nicht in den Feiertagen wieder einen Anstieg haben, denn wir wollen uns ja alle darauf vorbereiten, dass wir nach den Feiertagen wieder mehr an wirtschaftliche Aktivität zulassen können, auch an kultureller, auch die Schule, ganz klar, dass am 7. auch in der Oberschule wieder, so wie es vorgesehen ist, zumindest bis zu 75% Präsenzunterricht möglich gemacht wird. All diese Dinge wollen wir ja erreichen und deshalb werden wir schauen, für die nächsten Wochen Regelungen zu haben, die einerseits nicht zu einschränkend sind, zum anderen nicht dazu führen, dass die Kurve wieder nach oben geht und wir danach in einer Situation sind, wo das, was wir gern tun möchten, wieder schwierig wird. Insgesamt, das ist mir wichtig, es noch zu sagen, es gibt heute in dieser Situation keine Garantien, die man schon für Februar, März abgeben kann, denn wir müssen uns immer anhand der Infektionslagen orientieren. Es kann sein, dass wir dann gut hinkommen, auf Anfang Jänner wieder Dinge möglich machen und es kann sein, dass das dann längerfristig gut geht. Es kann sein, dass es dann nach einigen Wochen wieder Situationen gibt, wo man wieder zurückfahren muss. Das ist leider die Situation, die nicht nur wir in Südtirol hier erleben, sondern alle Staaten in Europa. Man kann hier eben nur anhand der effektiven Entwicklung arbeiten und so ungern das auch oft gehört wird, es hängt natürlich von uns allen in erster Linie ab. Wenn wir uns an die geltenden Regeln halten und am Wochenende war das leider in vielen Orten nicht so, dann wird es besser gehen. Wenn wir uns nicht daran halten, dann werden wir schnell wieder Situationen haben, wo dann vieles nicht mehr geht. Und in diesem Zusammenhang haben wir bereits gestern entsprechend auch die Gespräche geführt, ist es sicher so, dass wir ab jetzt und besonders hin zum Wochenende auch massiv kontrollieren werden. Es kann nicht sein, dass sich einige wenige, bezogen auf die Gesamtbevölkerung sind es immer noch einige wenige, die allermeisten halten sich ja durch ihr Verhalten, vieles von dem zunichte machen, was aufgebaut worden ist, was erreicht worden ist. Und deshalb, glaube ich, erwartet sich das auch die Bevölkerung, das hier kontrolliert und wo notwendig auch gestraft wird. Das ist einfach eine Frage auch der Fairness jenen gegenüber, die heute ihre Tätigkeit eingeschränkt sehen, die überhaupt nicht arbeiten dürfen oder die nur sehr viel weniger machen dürfen, die ihren Betrieb, ihren Arbeitsplatz in Gefahr sehen und andere durch ihr Verhalten gefährden, dass es überhaupt irgendwann wieder besser werden kann. In diesem Sinne werden wir entsprechend auch mit den Ordnungskräften jetzt agieren. Gemeindepolizei, aber auch alle übrigen, die Forstwache, Landesseite, aber auch alle übrigen Ordnungskräfte werden hier die Kontrollen durchführen. Ein letzter Punkt von meiner Seite noch, dann darf ich Gesundheitslandesrat Thomas Wiedmann das Wort weitergeben. Einmal nicht Covid und dann doch wieder ein bisschen. Das Landesinstitut für Statistik hat den Arbeitsplan für die Periode 2021 bis 2023 erarbeitet. Hier ist das ganze Programm enthalten. Besonders natürlich fallen in diesem Drei-Jahres-Zeitraum zwei Zählungen ins Gewicht, die in einem Zehn-Jahres-Zeitraum normal vorgenommen werden. Das ist die Landwirtschaftszählung zum einen, und die Sprachgruppenzählung. Es ist nicht mehr die allgemeine Volkszählung, die ist ja staatsweit abgeschafft, aber wir brauchen auf jeden Fall die Sprachgruppenzählung, also die Zugehörigkeit der Sprachgruppen, weil diese eine Basis für unser Autonomiesystem darstellt. Diese werden also durchgeführt. Interessant vielleicht noch hervorzuheben, es sind insgesamt über 250 Erhebungen, die gemacht werden. Interessante Themen, das ist das Thema Impfung. Es wird auch eine Umfrage gemacht zum Thema Impfung, zur Einstellung zum Impfung, zur Impfung auch Sorgen, Befürchtungen und so weiter. Das ist sicher auch im Zusammenhang dann mit dem Thema der Impfung Covid interessant. Was führt die Menschen dazu, dass sie positiv eingestellt sind, dass sie hingegen skeptisch sind und so weiter. Diese Erhebung wird gemacht. Und auch der Umgang mit den digitalen Medien, gerade jetzt auch in dieser Zeit mit besonderer Relevanz. Hier wird es eine breite Befragung auch geben, damit wir hier Entscheidungsgrundlagen auch haben und ein größeres Verständnis dafür, wie entsprechende Haltungen in der Bevölkerung sind und vor allem auf welchen Grundlagen sich diese Haltungen auch bilden. Das wäre es von meiner Seite. Ich darf dem Gesundheitslander das Wort geben. Danke schön, grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung. Zu diesem Thema in der letzten Sitzung der Landesregierung schon am 1. Dezember, also die letzte, wurde die Verlängerung der Vereinbarung mit dem Land Tirol für die Erbringung von Gesundheitsleistungen für weitere drei Jahre beschlossen. Diese bereits seit 30 Jahren bestehende Vereinbarung gilt für die Universitätsklinik Innsbruck, das öffentliche Landeskrankenhaus Nathaus, das allgemeine öffentliche Landeskrankenhaus Hall und das öffentliche Krankenhaus Hochzierl. Sie beinhalten Leistungen, die aufgrund der geringen Fallzahlen oder der spezifischen Fachkompetenz der Tirol-Kliniken in Nordtirol durchgeführt werden, zum Beispiel Suchterkrankungen oder auch Herzeingriffe bei Kindern. Heute beschloss die Landesregierung den Südtiroler Sanitätsbetrieb für die Verlängerung von Vereinbarungen mit weiteren Einrichtungen in Deutschland Kinderklinik Garmisch-Partenkirchen, Deutsches Zentrum für Kinder- und Jugendrheumatologie und Waldburg-Zeil-Rheumaklinik Oberammergau und Österreich-Suchthilfe-Klinik Salzburg zu ermächtigen. Insgesamt haben wir ein Beispiel herauszugreifen, 4.700 etwa Rheumapatienten in Südtirol. Das sind relativ viele, wenn man bedenkt, in einem so kleinen Land. Und es sind sehr schwere Pathologien, die in Südtirol nicht behandelt werden. In dem Sinne, die schweren Pathologien werden in diese Rheumakliniken ausgewiesen. Der zweite Beschluss, Covid-19-Zuschüsse für Covid-19-bedingte Mehrkosten, die mit dem Südtiroler Sanitätsbetrieb vertragsgebundenen Einrichtungen getragen wurden. Das sind 45 an der Zahl. Durch Covid-19 sind für die konventionierten Einrichtungen auch in den Nicht-Covid-Bereichen erhebliche Mehrkosten angefallen. Dafür hat die Landesregierung heute eine Rückvergütung beschlossen. Zu den konventionierten Kliniken, die Leistungen für den Sanitätsbetrieb erbringen, zählen Privatkliniken, das Weiße und Rote Kreuz, Traliut Alpin, die Krebshilfe und andere. Die Mehrkosten setzen sich aus Personalaufwendungen, Neuanstellungen bzw. Überstunden, sowie Material- bzw. Dienstleistungsaufwände, z.B. Wäsche, Reinigung, Desinfektionsmittel und zusammen, die nicht im Covid-Bereich sind. Dafür stehen für das heurige Jahr bis zu 2,2 Millionen Euro zur Verfügung, Stand 31. Oktober, ca. 500.000 Euro Personal und 1,4 Millionen Material- und Dienstleistungen. Das Gesamtpaktet Palliativ ist der dritte Beschluss, den wir heute hier darlegen. Der Beschluss beinhaltet die Finanzierung von Arbeiten in der Palliativabteilung der Privatklinik Martinsbrunn. Dort wurden zwei Betten dazu aufgestockt. Es handelt sich dabei um notwendige Investitionen. Die Arbeiten für unter anderem die Verbesserung der Sicherheit, die Optimierung von Serviceleistungen und die Erhöhung von Energieeffizienz und Nachhaltigkeit. Weiters sind die Volläquivalente der Mitarbeiter und Mitarbeiter von 17,5 auf 18,15 gegangen, also 10 auf 12 Betten. Vierter Beschluss, die Studienbeihilfen. Der Beschluss beinhaltet die Richtlinie für die Gewährung durch Studienbeihilfen für die Grundausbildung in Gesundheitsberufen im Studienjahr 2020-2021, außerhalb der Provinz. Innerhalb der Klaudianer wird durch das Bildungsressort finanziert. Alle außerhalb der Provinz die gleichen Gesundheitsbetriebe. Berufe werden durch den Sanitätsbetrieb, durch das Gesundheitsassessorat finanziert. Es geht dabei um Beispiele folgende Berufsprofile. Krankenpflege, Hebamme, Physiotherapie, Osteopathie, Podologie, Optometrie, Ergotherapie. Durchschnittlich werden in den letzten vier Jahren 40 Stipendien genehmigt, die jährlich ca. 130.000 Euro ausmachen. Die Zahl der vergebenen Stipendien ist rückläufig. Von 2016 54 auf jetzt ungefähr 40. Lassen Sie mich zum Schluss noch zwei Worte zu dem, was Landeshauptmann Kumpac am Anfang gesagt hat. Auch wenn unsere aktuelle epidemiologische Situation laut unseren Experten eindeutig, ich sage mal, entflechtet wird, weniger Druck auf die Krankenhäuser ist, dank des Lockdowns, dank auch der Massentestung, des Massenscreenings in Südol, dafür nochmal dank allen, die teilgenommen haben. Sie sehen ja, in Österreich oder in anderen Realitäten teilnehmen nicht einmal ein Bruchteil von denen teil, die bei uns teilgenommen haben. Und auch wenn wir noch nicht wissen, wie die Regeln, wie schon gesagt worden ist, von Rom kommen, allerdings ganz unabhängig davon, welche Entscheidungen getroffen werden und welche Regeln wann und wie in Kraft sind, es geht vor allem und immer um eines, um unser Verhalten. Und das ist mir sehr, sehr wichtig, immer wieder zu sagen, man fragt, kann das aufsperren? Wäre nicht gescheiter, wenn das eine Stunde zusperrt, das nächste oder sonst wo? Das sind sicher wichtige Fragen, keine Frage. Aber das Wesentliche ist, dass unser Verhalten und wie wir uns tagtäglich verhalten und deshalb, das ist einfach nicht oft genug zu sagen, bitte helfen Sie uns, dass wir richtig uns verhalten mit diesen einfachen Regeln, Maske tragen, die Distanz, Hände waschen und das ist es schon. Und deshalb die Garantie, die wir als Politik geben können, ist gleichauf mit der Garantie der Einhaltung eines disziplinierten Verhaltens unserer Bevölkerung. Und schaffen wir das? Haben wir gute Chancen, mit dem Virus zu leben? Immer mit dem Virus zu leben? Schaffen wir das nicht? Haben wir wenig Spielraum für ein halbwegs normales Leben zu führen? Und deshalb einfach nochmal ein Appell, schauen wir da nicht einige wenige, immer noch viel zu viele, wenn wir an die Talstationen dieses Wochenende denken, sich an die Regeln halten und nicht die Mehrheit, die absolute Mehrheit, die zum Massenscreening gegangen ist, die mitgeholfen hat, die Zahlen wieder halbwegs in den Griff zu bekommen, dass diese, durch diese wenigen, die sie nicht an die Regeln halten, kompromittiert werden. Dankeschön. Wir gehen gleich mit der Italienischen Presse-Konferenz weiter und machen am Ende dann die Fragen in beiden Sprachen. Bene. Oggi, in Giunta, ovviamente, abbiamo affrontato anche il tema Covid. Sappiamo che, a livello statale, c'è un dibattito attorno alle Regole che verranno nel periodo delle festività, cioè proprio nei giorni festivi, ma oltre a questo, anche un dibattito più ampio su quale dovrebbe essere la regolazione durante tutto il periodo festivo, cioè a partire dal 24 fino al 7, ovvero 10 gennaio. Sappiamo che in questi giorni c'è stata un'apertura da parte del Governo anche rispetto al Parlamento di eventuale anche modifica in sede di conversione del Decreto-Legge per quanto riguarda la possibilità di spostamenti durante i giorni di festa. Adesso un'ipotesi che si discute è di prevedere una deroga per i comuni fino a 5.000 abitanti, c'è lì la possibilità anche di spostarsi nei comuni limitrofi e oltre a questo anche un'ulteriore deroga che prevederebbe la possibilità di poter visitare comunque i parenti più stretti all'interno di una regione interessata. Vedremo adesso come si evolve il debattito, quale sarà la decisione e poi ovviamente anche noi potremmo adottare i rispettivi provvedimenti. Altro tema è quello diciamo di tutto il periodo e anche qui si discute un ulteriore raffreddamento della situazione c'è l'idea paventata da parte di qualcuno è quella di volere cogliere questa occasione fra virgolette di avere un periodo di ferie scolastiche un periodo anche con una minore attività economica proprio appunto perché in questo periodo di solito tanti stabilimenti anche chiudono per qualche giorno di ecco raffreddare ancora l'ipotesi una è quella di avere poi le regole della zona rossa per queste due settimane l'altra ipotesi è quella della zona arancione per tutto il paese anche qui noi per adesso non facciamo anticipazioni perché vorremmo capire un attimino anche come si evolvono la situazione a livello nazionale per poi eventualmente adottare poi delle regole mirate anche per la nostra provincia anche potendo poi tenere conto magari di qualche peculiarità del nostro territorio per quanto riguarda la situazione geomorfologica diciamo anche magari qualche tradizione specifica ovvero anche la nostra situazione epidemiologica appunto quella sicuramente la base di partenza di qualsiasi discussione perciò aspettiamo speriamo che nel giro di pochi giorni adesso si avranno notizie più chiare e poi saremo noi a decidere sul da farsi detto questo ci sono state ovviamente anche o magari prima dico obiettivo ovviamente al di là adesso della decisione sui giorni festivi e sul periodo festivo comunque l'obiettivo generale di arrivare a gennaio con una situazione epidemiologica che permette di riaprire attività ma anche la scuola in presenza almeno fino al 75% anche nelle scuole superiori questo presuppone una determinata situazione epidemiologica visto da oggi dovremo farcela salvo imprevisti e dipende ovviamente tutto anche dal comportamento di noi tutti delle persone abbiamo purtroppo assistere a delle situazioni sicuramente non adeguate l'ultimo fine settimana abbiamo già condiviso anche con i rappresentanti delle forze dell'ordine con i comuni ma anche con i rappresentanti del governo che qui bisogna intervenire perché è davvero inaccettabile che un gruppo che comunque è una minoranza di persone mette a rischio vanifica tutto quello che è stato costruito negli ultimi nelle ultime settimane sia con le restrizioni che la popolazione ha dovuto subire ma soprattutto anche con questa grande iniziativa che era quello dello screening di massa che ci ha dato ottimi risultati adesso vanificare tutti questi sforzi sarebbe davvero una situazione inaccettabile perciò bisogna fare i controlli e anche sanzionare da dove serve soprattutto pensando anche le persone che oggi vedono ancora tante restrizioni per loro attività o addirittura sono senza lavoro e aspettano di poter finalmente riniziare la loro attività soprattutto nei loro confronti bisogna essere solidali e comportarsi in tal senso questo per quanto riguarda il tema covid oggi abbiamo ovviamente parlato anche di altro abbiamo provato il programma per il triennio 2021-23 della statistica provinciale il nostro statuto Astat ovviamente svolge le funzioni che sono previste anche dalla normativa statale che ovviamente nazionale li fanno gli istituti Istat ma oltre a questo c'è anche un programma specifico che riguarda la nostra provincia che riguarda anche temi di particolare interesse del nostro territorio e in questo caso parliamo del censimento dell'agricoltura che è sicuramente molto rilevante ma anche il censimento del gruppo linguistico come voi sapete il censimento generale decenale è stato abolito a livello nazionale non esiste più perché si fanno tanti censimenti tanti ridievi durante l'anno però a noi questo censimento decenale serviva anche per rilevare l'appartenenza ai gruppi linguistici delle singole persone perciò faremo quella parte diciamo di quello che prima era all'interno del pacchetto del censimento generale oltre a questo ci sono sicuramente temi interessanti anche di attualità vaccinazioni opinioni e comportamenti faremo un sondaggio una statistica per capire qual è diciamo la posizione l'opinione delle persone rispetto al tema vaccini generale quali sono le motivazioni per una determinata posizione questo è di interesse generale ma sicuramente anche di interesse specifico per quanto riguarda poi il tema delle vaccinazioni anche contro la malattia covid-19 altro tema sicuramente di attualità è quello dell'uso dei media digitali vorremmo capire chi li usa come li usa a quale fine li usa anche per avere capire meglio diciamo questo ambito che sempre di più in qualche modo ha anche delle conseguenze importanti su tutta la nostra vita diciamo un'influenza importante sul comportamento di noi cittadini e il funzionamento della nostra società ecco questi punti più importanti e a questo punto cedo la parola all'assessore Thomas Vidal molte grazie io presento quattro delibere la prima assistenza sanitaria transfrontaliera nell'ultima riunione della giunta provinciale già il primo dicembre quello scorso è stato deciso di prorogare per altri tre anni la convenzione con la provincia del Tirolo per la fornitura di servizi sanitari questo accordo che esiste già da 30 anni vale per l'ospedale universitario di Innsbruck l'ospedale regionale pubblico di Natas l'ospedale regionale pubblico generale e l'ospedale regionale pubblico di Hoxero sono compresi i servizi che vengono eseguiti nel Tirolo del Nord a causa del basso numero di casi o della competenza specifica delle cliniche del Tirolo ad esempio malattie di dipendenza o anche per esempio interventi cardiologici da bambini oggi è stata concessa l'autorizzazione per l'azienda sanitaria per l'estensione degli accordi con altre strutture in Germania ospedale pediatrico di Garmisch-Partenkirn centro tedesco di reumatologia infantile e giovanile a Waldburg Zeil Rheumaclinik Oberammergau e in Austria Suchthilfeclinik Salzburg GmbH se pensiamo che abbiamo pazienti che soffrono di reuma più o meno 4.700 solo in alto adige una realtà molto piccola e abbiamo anche dei pazienti con dei percorsi molto molto pesanti e questi vengono trasportati in queste strutture secondo il ristoro dei maggiori costi legati all'emergenza Covid-19 ha comportato notevoli costi aggiuntivi per le strutture convenzionate anche in aree non Covid la Giunta ha deciso di rimborsare questi costi le strutture convenzionate che forniscono servizi includono gli ospedali privati la Croce Bianca la Croce Rossa l'Aiuto Alpin e l'assistenza ai tumori alto adige i costi aggiuntivi sono costituiti da spese per il personale nuove assunzioni o straordinari da spese per materiali o servizi la venderia pulizie eccetera per l'anno in corso sono disponibili fino a 2,2 milioni di euro fino al 31 ottobre circa 500.000 per il personale e 1,4 milione per materiale e servizi sono stati spesi terzo la terza delibere è stato deliberato il finanziamento di lavori nel reparto di cure palliative della clinica privata di Martinsbrunn si tratta di investimenti necessari che includono lavori per tra l'altro migliorare la sicurezza ottimizzare i servizi e aumentare l'efficienza energetica e sostenibilità eccetera e è stato anche aumentato appartenente i posti letto erano i 10 adesso sono 12 e questo è necessario soprattutto nel compensorio di Merano dove c'è necessità di questi posti ulteriori quarta delibere borse di studio la delibere contiene la linea guida per la concessione di borse di studio per le professioni sanitarie nell'anno accademico 2021 fuori dalla provincia situazioni di Innsbruck Hall in Tirolo Monaco Padova eccetera si tratta ad esempio dei seguenti profili professionali infermieristica ostetrica fisioterapia osteopatia podologia optometria terapia occupuzionale eccetera e questo appartenente il reparto del collega Akham finanzia tutto quello che è nella Claudiana la sanità finanzia tutto quello che è transfrontaliero ed in altre regioni non nella nostra in media negli ultimi quattro anni sono state provate 40 borse di studio per anno al costo di circa 130 mila all'anno i numeri sono un pochettino in calo perché nel 2016 abbiamo avuto 54 e la media è di 40 lasciatevi anche entrare nel merito di quello che ha detto il presidente subito all'inizio anche se la nostra situazione attuale situazione epidemiologica grazie al lockdown grazie al test screening di massa anche per la vostra grandissima partecipazione ed abbiamo visto che in altre realtà in Austria non sono accesi talmente tanti dei cittadini come da noi neanche una parte abbiamo un calo notevole ma comunque c'è sempre l'alerta non passare mai la guardia è molto importante da dire poi vediamo cosa saranno le regole future però tuttavia indipendentemente dalle decisioni prese e dalle regole in vigore si tratta principalmente sempre di una cosa il comportamento di tutti noi perché vengo sempre chiesto è meglio aprire questo è meglio accudere l'altro e non si può fare questo e non si può non fare l'altro tutte domande da porre e da chiarire ma fondamentale è il comportamento di tutti noi e questa è la base di tutto in fondo sono dei comportamenti delle regole semplici la mascherina anche quando si si incontra all'aria aperta distanza a desinfiettarsi le mani e già questo è tutto la garanzia che possiamo dare come politica è uguale alla garanzia del comportamento disciplinato della nostra popolazione questo è importante perché come il presidente ha già annunciato se abbiamo visto queste foto per esempio soprattutto nei resort non ancora aperti sciistici ma alla base questo veramente non è bello se si vedono queste foto perché se penso che quasi la maggioranza della cittadinanza ha accesso a questo test questo screening di massa e in fondo una parte piccola della cittadinanza compromette tutto quello che si è fatto e questo non è giusto e dobbiamo veramente riuscire a di non farlo più se riusciamo a farlo il comportamento giusto abbiamo una buona possibilità di convivere con il virus se non ci riusciamo abbiamo poche possibilità di vivere una vita normale sempre con il virus per quello vi chiedo mantenete le regole soprattutto durante Natale e io penso mantenendo le regole è la base per convivere una vita semi normale con il virus grazie Andiamo direttamente nelle domande ci sono tre domande anche nel chat ma prima chiederei a quei colleghi che vogliono direttamente fare la domanda in diretta ho visto Angelucci sì buono non sapevo come erano i turni ecco allora buongiorno presidente ecco alla luce delle delle novità che non arrivano da Roma perché il governo sta litigando ci sono possibilità che l'Alto Adige approvi una regolamentazione autonoma per le feste o comunque aspettiamo quello che succederà le decisioni del del governo e in caso diciamo si vada per una via un po' autonoma sarà più verso la chiusura o più verso la riapertura ma come detto prima abbiamo deciso per ovvie ragioni di sapendo che comunque nel giro di pochi giorni adesso a Roma si prenderà una decisione di attendere un attimo perché si tratta comunque poi di una regolamentazione che partirà dal 23 e dal 24 dicembre e perciò adesso vediamo un attimino cosa si fa e se poi poi vedremo come recepire o recepire parzialmente anche quello che viene deciso a livello nazionale la base di decisioni sarà sicuramente la nostra situazione epidemiologica questa è la motivazione principale se noi ci discostiamo in qualche modo da quello che è l'indirizzo a livello statale tutto da vedere e l'altro è per tener conto eventualmente di determinate peculiarità come ha detto però prima di dire sarà più in là o più in qua bisogna capire un attimino cosa saranno le decisioni tanti stati europei hanno il timore che durante questo periodo di feste ci possa essere un'impenata di nuovo della curva perché certi comportamenti sicuramente comportano determinati rischi e perciò si vuole prevenire a questo con determinate regole vediamo un attimino cosa si prevede e vediamo noi come potremmo gestire la situazione i nostri dati stanno migliorando sono migliorati nelle ultime settimane lo ha detto appena adesso anche l'assessore Wittmann ciò non vuol dire che abbiamo superato tutto ciò vuol dire che abbiamo creato adesso una base per potere per poter poi anche man mano cercare di creare una vita che non è quella normale ma si avvicina un attimino in più a quella normale però tutto dipende ovviamente da come ci comportiamo soprattutto anche nelle prossime settimane ripeto prendiamo un attimo vediamo valutiamo poi non è di scostarci un fine a se stesso l'autonomia non è mai un fine a se stesso ma se mai è per tenere conto di determinate peculiarità che abbiamo sul territorio in questo caso sono i dati epidemiologici e situazioni magari collegate alle nostre tradizioni e a certe situazioni particolari che noi abbiamo e altrove forse non si rappresentano in questo senso siccome ci quadra nel periodo delle feste allegherei subito una domanda di Vittorio Savio di Radio Capital che chiede al Presidente se sarà presa in considerazione la richiesta degli impiantisti per una eventuale apertura degli impianti di sci solo per i residenti in Alto Adige nel periodo natalizio noi tutti lavoriamo e credo che lo faccia innanzitutto la cittadinanza la stragrande parte dei nostri cittadini che osservando le regole dà il proprio contributo per arrivare dopo le feste in questo momento dove si può dar luogo alla ripartenza di determinate attività non vediamo il momento adesso perché adesso diciamo sotto le feste bisogna cercare di avere delle regole che evitino ulteriori rischi però proprio per questo cerchiamo anche magari di sfruttare quel periodo un po' più silenzioso un po' più diciamo dove si resta nell'ambito della propria famiglia anche per migliorare ancora i nostri dati questo sarebbe un obiettivo questo non sarà una garanzia per arrivare poi senza problemi fino alla fine dell'inverno però potrebbe essere una buona base poi per poter davvero dal 7 in poi iniziare a ripartire l'obiettivo è quello e perciò per ora non prevediamo fuga in avanti perché vogliamo non solo preservare ciò che abbiamo raggiunto e ottenuto adesso ma cercare addirittura di migliorare ancora un po' i dati per creare una base che possa darci sì poi la possibilità di ripartire sapendo che anche questo poi comunque sarà possibile soltanto con determinate regole perché l'inverno è ancora lungo la collega Francesca Gonzato ha una domanda all'assessore Wittmann la giunta ha dato parere favorevole alla proposta di conferma dei direttori dei comprensori sanitari e prevista poi una a breve una turnazione geografica tra gli stessi direttori questo non è stato parte della delibera di oggi perché oggi è stato solo confermato la proposta del direttore generale poi se faranno una rotazione o no o ci si saranno cambiamenti questo è una cosa fra il direttore e il direttivo dei comprensori collega in Barbara Varisco ist dir darüber informiert dass die Landesregierung sich heute mit der Standseilbahn Schenna Dorf Tirol Meran beschäftigt haben müsste dazu gibt es zwei Projekte Leitner und Doppelmayr hat man sich schon für eines der zwei entschieden wie geht weiter Nein Davon sind wir noch entfernt Der zuständige Landesrat Landeshauptmann Stellvertreter Daniel Alfreider hat der Landesregierung vorgeschlagen dass man jetzt eine Bewertung vornimmt insbesondere auch in Bezug auf den ökonomischen Teil und zwar nicht nur was jetzt die Kosten der Anlage anbelangt sondern eben auch dann die Führungskosten entsprechende Tarif Tarife die dann angewendet werden müssen innerhalb so weiter hier braucht es noch einen gewissen Klärungsbedarf wir werden uns dann natürlich auch mit all jenen die hier Kosten dann mit zu tragen haben gegebenenfalls das sind ja auch die Touristen die dann diese Anlagen nutzen es gibt ja auch entsprechende Tickets die über den Tourismus zumindest teilweise mitfinanziert werden im heutigen System bereits auch und da wird man sich eben zusammensetzen um dann eine abschließende Bewertung vornehmen zu können eben nicht nur in Bezug auf die technische Lösung und die prinzipielle Machbarkeit das ist das was bisher geprüft worden ist die technische Kommission hat gesagt beide Anlagen sind machbar sind so durchführbar beide Anlagen haben Kostenberechnungen zugrunde gelegt die nachvollziehbar sind das andere ist jetzt wie sind dann die Preise für den Tarif wer zahlt da gegebenenfalls mit wo sind hier Vor- und Nachteile und dann können wir eine abschließende Bewertung vornehmen Die Fragen aus dem Chat sind aufgebraucht sozusagen die Frage an die Kolleginnen und Kollegen gibt es noch Fragen Direktor Natur bitte jetzt stellen se ci sono ancora domande da parte dei colleghi e colleghe in connessione su piattaforma zoom la chiudiamo adesso se no chiudiamo dann bedanke ich mich bei den beiden Redner Landeshauptmann Arno Kompaccia bei Gesundheitslandesrat Thomas Widmann wir haben gesehen wir warten gespannt was Rom entscheidet wir haben gesehen wir werden dann in Südtirol wird die Landesregierung aufgrund dieser Entscheidungen und aufgrund der eigenen epidemiologischen und geografischen und traditionellen Situation entscheiden und der Appell der an alle geht haben wir auch gehört ist respektvoll und verantwortungsvoll mit dem Virus und mit uns miteinander umgehen damit bedanke ich mit Untertitelung des ZDF, 2020